Hallo, Test 1, 2, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu Laberformat Folge 3 und ich habe gehört, wenn man immer so auf die Leute zeigt, da fühlen die sich abgeholt. Ja, du, du bist dabei! Bei Folge 3, das wäre jetzt 6, aber ich meine 3, beide Hände. Für Leute, die links und rechts gucken, vielleicht jetzt. Gibt es das? Oh, es geht direkt los. Gibt es Leute, die mit einem Auge komplett so was, also Chamäleon mäßig, also die quasi da was sehen und dann mit dem anderen Auge komplett so sehen können? Also wie ein Chamäleon quasi, schreibt es in die Kommis, keine Ahnung, habe ich mir gerade überlegt. Ja, ihr seht das schon, ich bin hier im neuen Studio, muss man sagen. Ich bin jetzt natürlich mit Laberformat Folge 3, das ist natürlich durch die Decke gegangen. Ja, wir haben über, teilweise über 10.000 Views erreicht und da weiß man natürlich, das weiß man im Showgeschäft, ab 10.000 Views, neues Studio, fertig, aus. Das ging schon in ganz vielen Formaten so. Ich meine, Sendung mit der Maus hat tatsächlich auch angefangen am Schreibtisch, kurz nach dem Bloodborne-Dreh, kurz nach dem Bloodborne-Stream. Hey Leute, danke für den Sub. Und dann hat man halt gemerkt, ja scheiße, die VODs bekommen ja jetzt 10.000 Views, wir müssen die Kamera einfach drehen und in die andere Richtung des Raumes schießen. Dann haben wir nämlich einen neuen kleinen Look. Ja, ihr seht es, das ist tatsächlich mein Wohnzimmer und ihr seht es auch im Hintergrund, ich habe es mir ein bisschen muckelig gemacht. Ich stehe dazu, ich habe mir Kerzen angemacht, Leute. Denn ich habe mir neulich noch überlegt, ich finde, wir sollten generell mehr zu Sachen stehen, die man eigentlich vielleicht nicht cool finden sollte. Okay, jetzt wird der eine oder andere sagen, oder die eine oder andere Web-Innen sagen, nein, mach die Gags nicht, das habe ich neulich noch verarscht bei die Tanur, ich darf selber die Gags nicht machen. Okay, ist nämlich scheiße, sich darüber lustig zu machen. Das ist völlig legitim, dass wir das eigentlich mal lernen, das mal richtig zu gendern. Meine ich jetzt ohne Scheiß, ich arbeite dran und ihr solltet das auch tun. Okay, kurz eingeordnet. Was wollte ich sagen? Ja, und zwar Dinge zu tun, die eigentlich vielleicht nicht als cool gelten. Beispiel Kerzen anmachen. Ich habe noch ein paar andere Beispiele, aber ich fange an mit Beispiel Kerzen anmachen. Manchmal mache ich mir tatsächlich, oh, mein Arm sieht halt richtig weiß aus mit dem Licht. Guck mal, da seht ihr mal, wie ich so irisch bin nicht. Guck mal, wie weiß ich bin. Aber andere Seite komplett Sommersprosse. Ich bin wie so irgendwie in so einen Toaster gesteckt worden und dann hat man vergessen, die eine Seite funktioniert nicht. Egal. Also, es fängt ja wieder gut an heute, es fängt ja wieder gut an heute. Lass ein Like da. Also zum Beispiel Kerzen anmachen. Ich bin jemand, ich mache mir wirklich tatsächlich gerne mal ein Kerzchen an. So ein bisschen, das ist einfach gemütlicher. Ja, es ist natürlich irgendwie nicht so unbedingt das Männlichste, sage ich jetzt mal, was die Gesellschaft als männlich einstuft. Aber es ist einfach, ich finde so Sachen, da muss man drauf stehen. Ich glaube, jeder, jeder mag Kerzen, angemachte Kerzen, oh Mann. Oder? Und ja, manchmal erwische ich mich dabei so klein gemütlich so eine Kerzchen anmachen hier. Und dann mache ich mir so drei so Teelichter und die mache ich dann so eine Reihe. Und dann mache ich mir schön die Decke hier übrigens, die mir meine Mutter mal geschenkt hat, liebe Grüße an dieser Stelle, an meine Mom, falls sie zuguckt, ich glaube eher nicht, aber die hat es mir mal gegeben, die ist richtig geil, das ist eine richtig geile Wolldecke. Und dann mache ich mir die Wolldecke auf, über das Knie und dann sitze ich mich hin und habe meine drei Teelichter da und dann spiele ich ein bisschen Switch oder sowas. Ja? Und das ist natürlich nicht unbedingt das Bild, was ich haben will, was auf Tinder dann ist. Weißt du, ich so mit der Decke irgendwie so, wir sind die Evil 1 nochmal durchzocken. Natürlich, weil es halt nicht so cool ist. Und zu diesem Thema sind mir noch ein paar andere Sachen eingefallen. Und ich finde, nicht nur Kerzen sind so ein Ding, sondern tatsächlich auch Lichterketten. Lichterketten ist so eine Sache, ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist das verpönt bei so Designerleuten. Ich habe ja an einer Kunsthochschule studiert und ich sage mal so, da gibt es tausende Leute, die so sind, weißt du, diese Fuckboys mit so schwarzen Wollmütze, alles sonst auch schwarz, alles irgendwie vom Wu-Store Berlin und alles irgendwie so Muschikreuzberg-T-Shirt und sowas. Okay, warte mal, das sieht halt auch gerne ein bisschen aus wie das Muschikreuzberg. Das ist übrigens von All Saints und ich habe mir neulich noch gedacht, kann das sein, dass das mega uncool ist? Schreibt es mal in die Comics. Ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen wie Hauptstadtrocker oder sowas? Machen die nicht auch so Hosen, wo so überall so Löcher drin sind und so weiter? Oder für so Leute über 40, die sich dann so ein Porsche kaufen und anfangen zu kuxen und irgendwie so längere Haare sich wachsen lassen und so und dann so jüngere Frauen versuchen abzuschleppen auf ekelhafte Art und Weise? Ist das nicht so eine Marke? So ein bisschen so die? Kann sein. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Oh, heute bin ich ein bisschen gedanklich unsortiert, merke ich gerade. Aber das gehört auch dazu. Ich muss mal kurz überlegen, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Bei, ja, genau, bei so Künstlermenschen und sowas. Und ich habe einen ganz besonderen Freund, der soll jetzt hier mal namentlich nicht erwähnt werden, weil ich glaube, irgendwann wird er das vielleicht hier sehen. Aber an dieser Stelle sei gesagt, ich mag dich sehr gerne. Ist einer meiner besten Freunde. Aber er ist halt so ein ziemlicher Designer-Dude. Also das ist schon ziemlich, der hat schon so eine Wohnung, wo einfach nichts drin steht. Ist auch immer so. Ist super slick alles. Das sind so einfach so, du musst dir vorstellen, so eine Wohnung, gefühlt 100 Quadratmeter und drei Möbelstücke. Ein Smack-Ma-Kühlschrank oder nicht Smack-Ma, warte mal. Smack-Ma ist dieses Zeug am, ist dieses eklig, Smack-Ma ist dieses Zeug am Schwanz, oder? Was man, was ich natürlich nicht habe, aber das gibt's. Smack, ja, die Kühlschränke. Die Kühlschränke heißen Smack, glaube ich. Okay, ja, also Smack, so ein Smack-Kühlschrank, dann eine 5000 Euro teure Couch, die unbequem ist und dann eine kleine Lampe. Und alles andere ist so, auch wie bei mir, so ein bisschen so Dielenboden habe ich auch. Ist halt Berlin, ne? Ist schon auch geil. Und solche Typen, die sind dann so, wenn du dann eine Lichterkerze bei dir anmachst, weil es muckelig gemütlich ist. Es ist Herbst, eine Lichterkette hinter dem Bett ist doch geil. Ich weiß, das haben eher so 15-Jährige im Zimmer, aber ich finde es irgendwie geil. Und dann die Kerzen noch an und ich mit meiner Switch da irgendwie auch geil. Ich gehe einfach nie wieder raus, hammergeil. Yes, ich liebe mein Leben. Ab und zu mal masturbieren zwischendurch, perfekt. Aber es gilt als uncool. Und das wurde mir auch mal gesagt mit Lichterketten. Da kam der hier so rein und ich hatte eine Lichterkette an. Ich dachte, ich mache es so richtig gemütlich. Der kommt vorbei, wir machen schön Käffchen. Ich spiele ihm irgendwas auf meiner Gitarre vor, wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung. Zu den Sachen kommen wir übrigens auch noch gleich, warum die da liegen hier. Und wir haben mich so hingesetzt und haben gesagt, ich mache es mir gemütlich. Ich habe mal ein bisschen eine Lichterkette angemacht. Ja, kleine Lichterkette hinter dem Bett lagen. Dann hatte ich aber auch, okay, das war ein bisschen peinlich. Ich hatte mal so eine Unterbodenbeleuchtung fürs Bett. Ja, jetzt werdet ihr erst mal lachen und denken, was denn das für ein Depp? Ah ja, und ihr habt recht. Ich hatte so eine, es ist so eine Art, ich hatte so einen, also das habe ich geerbt tatsächlich von meinem, ich hatte mal hier einen Zwischenmieter drin, eine kurze Zeit, während ich gerade am Anfang war öfter nach Hamburg musste. Und dann habe ich, da hat der hier so eine Leuchtstoffröhre gehabt, die hat er unterm Bett gehabt. Und dann kam das Licht so von unten hoch und der hatte dann auch so überall so kleine Fernzünder, man, wie heißt das hier, so eine Fernsteuerung für Lichter gemacht. Also quasi so an-aus kannst du an die Steckdose machen, da hast du so eine kleine Fernbedienung, dann kannst du Lichter überall an- und ausmachen. Und das fand ich ein bisschen weird, weil ich glaube, der war hier so drei Wochen oder so, der hat hier so eine Bummszündhalle draus gemacht, weil du konntest halt echt vom Bett so liegen und so alle Lichter so ausmachen. So erstmal das große Licht, dann hinten so die Lampe, hier die Lampe, die war noch nicht da, die habe ich neu gekauft, ist eine Designer-Lampe, just saying. Naja, Twitch Money, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall hat er dann so, tschu, 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 die so ausgemacht und dann stelle ich mir gerne vor, konnte er den letzten Move machen, während sie so schon nackt ausgezogen, vor purer Geilheit, nur ob diese Fernsteuerung für Lampen, wie so ein Gott, wie so ein Gott hat der einfach funktioniert. Der war wie so ein, der war so, wahrscheinlich hat er auch so gemacht, so, oder so, nee, oder so, so gemacht und dann unter der Decke hat er die Fernbedienung, hat er so gemacht, so, Licht aus und dann ist das Licht ausgegangen, die so, ah, krass. Na jedenfalls, sie war sehr ab Eindruck, liegt dann nackt neben ihr und stelle ich mir gerne vor, dass der letzte Move von ihm war, also für die, für das unterm Bett, die Leuchtstoffröhre, einfach dann so, pschu. Weißt du, so nach unten zeigen sie, jetzt das Letzte und jetzt komm, jetzt wird, jetzt, jetzt ficken wir zwei Minuten lang. Oh ja, hast richtig gehört, zwei Minuten Power, Alter. Ich glaube übrigens, die meisten Leute ficken nicht länger als acht Minuten, habe ich mir neulich überlegt. Ja, das ist ja, man ist ja so gestört von Pornos und so weiter, da geht irgendwie so eine Szene, keine Ahnung, ich gucke ja keine, kenne mich da nicht so aus. Ich glaube aber, die gehen so rund um, so um die 15, 20 Minuten, keine Ahnung, kenne mich da nicht so aus, wie gesagt, just saying, Lüge, aber, ja, ich habe mir neulich überlegt, wir sind alle so, und es soll jetzt auch nicht so eine diepe, diepe Discussion über so, oh, das verzerrte Sexualbild von uns, das können wir in einem anderen, in einem anderen Laber-Format mal besprechen. Ich bin ja heute, ihr merkt schon so ein bisschen eher locker drauf, heute nicht so in einer diepen Stimmung, das war auch immer cool, weil eigentlich wissen wir schon klar, das Thema ist eigentlich schon ein bisschen schwierig, ne, also das ist eigentlich, ich bin echt der Meinung, dass wir alle total gestörte Sexualität haben mittlerweile, durch unsere Gesellschaft mit Internet und durch Pornografie und so weiter, aber das gerne mal in anderen mal ein bisschen ausführlich. Jetzt erstmal ergäge ich noch. Was muss ich das, warum ordne ich das so ein, das ist so völlig unnötig. Pass auf, und ja, ich bin auf jeden Fall, lange Rede kostet, wir sind zur Theorie gelangt, beziehungsweise glaube ich einfach, dass, also schreibt es gerne in die Kommis, wenn ihr es anders seht, ihr müsst ja nicht ins Detail gehen, aber, doch, geht mal rein, das finde ich ganz witzig. Ich glaube, die meisten Leute bumsen halt wirklich um die vier Minuten, fünf Minuten. Und nicht von wegen, ja, der Mann kann nicht länger oder so weiter, ich glaube, das ist einfach dann auch erledigt irgendwann. Also gerade, vielleicht am Anfang, wenn man so frisch verliebt ist und, äh, komm, lass uns das Haus gar nicht verlassen, hol mal noch eine Flasche Wein, äh, komm, Netflix, chill, solche Leute halt, Pärchen, keine Ahnung, ich kann es nur vom Hörensagen, ja, die ficken dann vielleicht auch mal 20 Minuten oder so, weinetwegen, aber, und öfter vor allem. Aber ich glaube, normalerweise, der Durchschnitt ist einfach so ein gutes, alles vier Minuten drüber, sie oben, er unten, gut ist. Und alle sind zufrieden, danach kann man Pizza essen, mit gutem Gewissen, warum auch immer. Naja, wir sind nur meine zwei Cent zum Thema Sex. Ich habe hier vor allem auch noch das hier eigentlich eingebaut, aber mir fällt noch keine, nichts auf, wie ich das nutzen kann. Vielleicht gerade das dazu. Ich muss mir das noch überlegen, überlegen. Ja, ich muss mir das auch hier noch hinmachen, so einen kleinen, dass ich das direkt drücken kann. Ja, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, wie euch das neue Setup so gefällt. Ich glaube, es ist ein bisschen besser. Ich glaube, es ist irgendwie, es hebt sich auch ein bisschen mehr ab von meinem Stream-Zeugs. Es ist für mich auch, ich habe hier mehr Raum irgendwie. Und, und, ja, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich hoffe euch auch. Ja, und von daher, wir sind ja auch schon mittendrin hier in der Folge. Mann, Mann, Mann. Ich habe ja noch gar nicht auf mein Handy geguckt. Ich muss auch gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe hoffentlich wieder ein paar lustige Storys. Ich habe die Storybox, Leute. Die Storybox, was eigentlich ein Handy ist. Aber ich Box nenne, weil es mir so eingefallen ist gerade. Ja, wir schauen mal in diese moderne Box, von manchen Leuten auch Mobiltelefon genannt. Und ich gucke mal hier in meine Liste an Grau-Format-Themen. Das hatten wir nämlich schon etabliert, dass ich ja eigentlich dachte, ich nenne das Format Grau-Format, weil Megalol, ey, Megalol, oder? Erst mal, habt ihr gerade auch gelohlt? Habt ihr euch gerade so richtig so, der Donnie, Mann, wegen grauer Haare und wegen immer so Grau-Zonen-Bereich themenmäßig? Oh, es ist genial. Nein, wahrscheinlich nicht. So, und ich habe auch noch, ja, egal, das ist aber nicht so wichtig. Twitter-Tante-Feuer aufnehmen und als Experte immer wieder abfeuern. Okay, das war für irgendeinen Stream. Warte mal, wo ist denn jetzt mein Format? Ach, nö, hat das jetzt hier wieder, ist das jetzt, ah, hier, doch, Grau-Zone-Themen. Mal gucken, was wir hier drin finden. Ich gucke mal rein in die Kiste. Kommt ihr mit? Kommt ihr mit rein? Okay, kommt mit rein. Oh ja, genau. Nee, kann ich nicht mehr an. Ich sollte mir das vielleicht mal vorher angucken, oder? Aber nee, es gehört ja auch dazu. Ihr mögt das doch so ein bisschen. Der verlorene Donnie hier, wie er seinen Scheiß da durchguckt. Bares für alles hatten wir letztes Mal. Machen wir ein Hekirchen dran. Könnt ihr abhaken. Könnt ihr auch jetzt aufhören zu lernen. Hausaufgaben sind erledigt. Ah ja, genau. Ich hab, ja. Warte. Ah ja, okay. Das ist ein ganzer Themenkomplex. Ich hab neulich einen Gedanken gehabt. Und dann hab ich mir sofort gedacht, das ist ein Gedanke für Laber-Format. Weil ich bin sehr gespannt, ob es nur mir so geht. Was die Wahrscheinlichkeit ist bei, wenn ich das schon in mir überlege, ist, wissen wir mittlerweile, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es nur mir so geht. Aber in diesem Fall bin ich mir fast sicher, ich bin nicht der Einzige. Und ich hab's auch noch nirgendwo mitgekriegt, dass es angesprochen wird. Und zwar folgendes. Und jetzt, wie krieg ich das hin, dass ich jetzt nicht auf mich auf dünnem, nee, nicht dünnes Eis, sondern dass ich im Treibsand sitze. Weil ihr wisst, Cancel Culture, Themen wie Rassismus, Sexismus und so, schwierig, ja. Aber pass auf, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also, ich mach mal erst die Situation. Manchmal passiert es mir, dass ich auf der Straße laufe und mir kommt entgegen eine attraktive Frau. Also eine für mein Befinden schöne Frau und wollen wir ehrlich sein, eigentlich fürs objektive Auge wunderschöne Frau. Ich weiß, Schönheit kommt von innen und so, aber komm mal, man sieht schon, wenn jemand hot ist oder nicht. Ist halt so. Ich hab die Regeln nicht gemacht. Oh Gott, ich tue es jetzt schon, ich mach so Schiss heutzutage im Netz, aber nee, weißt du was, ich hab es jetzt eingeordnet, ich erzähle jetzt einfach, ich glaube, ihr werdet schon verstehen, wie ich es meine. Und die Leute schon so, oh Gott, wo kommt das jetzt drauf? Wird nichts Schlimmes, kann ich jetzt schon sagen. Ist kein Sexismus-Ding oder so, hoffe ich, glaube ich. Anyway, also, mir passiert es manchmal, dass sich dann eine, eine wirklich hübsche Frau kommt mir entgegen und dann mache ich folgendes, dann versuche ich extra nicht zu gucken oder irgendwie Augenkontakt zu, weil ich das Gefühl habe, diese vielleicht hotte Person ist es ihr Leben lang gewohnt, weil die Welt so scheiße ist, weil es eben viele dumme, sexistische Männer gibt, die die ganze Zeit irgendwie fremde Frauen auf der Straße anflirten oder irgendwie anlächeln oder sowas. Okay, anlächeln ist wahrscheinlich jetzt nicht das Schlimme, aber ihr wisst, was ich meine. Und mir ist es irgendwie manchmal voll wichtig, dass ich das quasi körpersprachmäßig kommuniziere. Ich bin nicht so einer. Ich bin nicht so einer. Ich laufe hier, du siehst gut aus, ich weiß, das wissen wir, glaube ich, alle hier auf der Straße, aber ich gucke nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Frauen haben dann aber oftmals so eine, für mich zumindest, wirkt auf mich wie so eine fast schon arrogante Art. Nicht im Sinne von, ey, ich bin irgendwie voll die Hübsche, ich bin was Besseres als ihr, sondern ich glaube, die guckt dann extra so, weil ich ein Mann bin und weil die Frauen so mittlerweile schon darauf geschult sind, sage ich mal, leider, dass man sozusagen schon Abwehrmechanismen hat. Und das würde ich gerne auch mal vielleicht von den weiblichen Zuschauern mal hören, wie ihr das so seht. Also jetzt merkt ihr schon, Beruhigung, es war, glaube ich, jetzt kein Sexismus, sondern eher eine Beobachtung. Meinerseits, ich weiß es doch auch nicht, ich will ja lernen, ich will ja auch in diesem Format so ein bisschen in Dialog vielleicht treten bei manchen Themen und das ist ja das Schöne an YouTube, man kann ja auch einfach mal in die Kommentare schreiben und ich lese mir das auch durch, also bei diesem Format auf jeden Fall, bei Bloodball mittlerweile, sage ich mal ganz ehrlich, jetzt kommt der 15. an und sagt noch, ja, der muss aber ins DLC gehen, der muss aber da unten nach, der muss aber den Schlüssel holen, den Jahnem und sowas, ja, okay, das überfliege ich mittlerweile ein bisschen. Okay, habe ich jetzt langsam kapiert, dass es ein DLC gibt, mache ich wahrscheinlich nicht, doch vielleicht, weil sehen, ihr müsst vorbeikommen, Bloodball hier auf dem Kanal auch irgendwo. Ja, und das ist mir aufgefallen und dann habe ich so gedacht, als würde ich einfach gern wissen, das war schon eigentlich, dass ich die Beobachtung nicht gemacht habe und dann interessiert mich mal, ob das vielleicht, vielleicht können ja ein paar Frauen auch sagen, dass man das wirklich hat, dass man quasi als Abwehrmechanismus eher, sagen wir mal, nicht arrogant war vielleicht das falsche Wort, sondern so unfreundlich guckt oder halt so desinteressiert, wohingegen ich ja jemand bin, der, naja, eigentlich nicht, weil ich bin ja auch so jemand, der es hasst, wenn jemand einen anstarrt. Das ist auch ein Themenkomplex, da können wir eine ganze fucking Folge drüber folgen. Was ist denn mit euch los auf der Straße, die einfach Leute immer so anstarren? Ich meine, gut, bei mir verstehe ich es, ich bin natürlich geil, muss man auch mal sagen. Ich bin doch nicht, wenn ich ja Bloodborne fast durchgespielt, da weiß man, da kann man schon mal gucken, ja. Oder die gucken halt so, okay, what the fuck, Freak of Nature, warum hat der graue Haare und ein Gesicht von einem Dreijährigen? Kann auch sein. Aber generell, das habe ich aber schon immer, dass sich das irgendwie krass abfuckt, wenn Leute so starren und ich will nicht wieder die deutschen Lanze rausholen, weil ich weiß, das ist auch echt nicht so beliebt bei vielen von euch. Das Problem ist aber, Leute, ich bin nun mal gebürtiger Ihre und in meiner Jugend, in der kleinen, so eigentlich so, ja, bis ich halt irgendwie, also als Kindheit, sage ich mal, habe ich in Irland verbracht und bin hergezogen. Ich bin ein Immigrant hier und ich werde das nie loswerden, dass ich die Brille habe. Ich weiß, ich bin mittlerweile, habe ich schon mehrfach selber zugegeben, der vielleicht deutscheste Ihre aller Zeiten und ich habe sehr deutsche Züge, also als, ja, gemeinhin als deutsche Züge, sagen wir mal, bekannte Züge. Ich meine, es ist halt so, ist das, ich weiß dann auch nicht, ob das schon auch wieder Rassismus ist, nee, oder? Also so Pünktlichkeit und dass Sachen halt ordentlich gemacht werden und weiß ich nicht, die Füße, die Schuhe aus im Zug und sowas, halt so deutsche Sachen. Aber ich muss es leider sagen, also wenn, ich habe halt den Vergleich, wenn ich in Irland bin und ich bin ja immer noch sehr oft da in der Heimat, leider jetzt wegen Corona schon lange nicht mehr und ich vermisse es auch sehr, muss ich sagen, habe ich die Beobachtung gemacht, dass Leute wirklich sehr selten einen so ins Gesicht, oder Amerika noch per soes Beispiel, also ich rede hier von einfach auf der Straße so, sich entgegenkommen. Ich kriege das hier wirklich oft und das ist echt nicht nur mein Einbilder und ich bin mir wirklich sicher mittlerweile, dass Leute mich krass fixieren und mich so angucken und das hat nichts damit zu tun, dass die mich irgendwie erkennen von irgendwelchen Sachen im Internet, das merke ich, das sind einfach irgendwelche Leute und die gucken einen so an und ich finde das wahnsinnig störend, weil, und darauf wollte ich hinaus, in Irland zum Beispiel, so kenne ich das oder halt in Amerika, ist mir auch aufgefallen, wenn das passiert, ist es beiden gleichzeitig so ein bisschen unangenehm und dann gibt es so eine Art, ja, gesellschaftsungeschriebene, gesellschaftliche Kodex, dass man so irgendwas macht oder so wegguckt oder so, sorry, oder hello, how's it going oder irgendwas, irgendein Acknowledgement, dass man, manchmal tagträumt man ja auch. Ich werfe ja auch den Leuten nicht vor, dass die das mit Absicht machen, aber ich muss echt leider sagen und erzählt es mir ja gerne, wenn ihr das anders seht, ich finde, dass es in Deutschland sehr ausgeprägt kann sein, dass es in anderen Ländern auch so weit ausgeprägt ist und es ist etwas, das wohnt mich schon lange, also ich verstehe das nicht, weil ich bin dann teilweise, manchmal, wenn ich vielleicht einen dünnhäutigen Tag habe oder sowas und ich dann vielleicht besonders anfällig auf sowas bin, das ist nun mal so, so funktioniert irgendwie so ein bisschen meine Psyche, an manchen Tagen ist es mir doch scheißegal und dann nehme ich das gar nicht wahr und an anderen Tagen ist es mir nicht scheißegal und dann nehme ich das aber auch doppelt so stark wahr, das ist immer so, das ist ein bisschen so self-fulfilling prophecy, aber dann manchmal fühle ich mich dann fast schon so, dass ich sagen will, hallo, entschuldigen Sie, nicht böse gemeint, aber warum gucken Sie mich an? Also okay, ich habe gerade selber gesehen, das sieht ein bisschen zu aggressiv aus, wenn ich so einen Blick habe, ich muss das andere machen, aber hallo, entschuldigen Sie, warum gucken Sie mich an? Okay, sieht auch wütend aus. Naja, ich weiß es nicht, es ist einfach so eine Sache, die mich schon lange, lange irgendwie stört. Kann auch sein, dass ich dafür wirklich tatsächlich am Ende des Tages anfälliger bin und ich weiß es jetzt schon, da kommen dann bestimmt jetzt ein paar Leute, so ist es einfach, die sagen, Junge, du machst dir zu viele Gedanken, das ist doch scheißegal, die gucken dich gar nicht an und so. Ja, weiß ich, aber wenn du, glaube ich, mal darauf achten würdest, würde es dir vielleicht auch erfallen und dann siehst du willkommen in meiner Welt, in der Donnie-Welt, in der alles viel geiler ist, aber auch viel anstrengender, weil man sich viel zu viel Gedanken um alles macht, komm rein. Ich habe einfach gar nichts mehr, ich muss mal wieder ein bisschen punkten gehen. Ja, da habe ich hier unten auch Gewichte, die ich nie benutze, sieht man das wegen dem Ding? Guck mal, die gucken mich jeden Tag an, oh nee, oder? Uns hast du umsonst gekauft, oder? Mal ganz ehrlich. Warum hast du uns gekauft? Warum sind wir hier? Wir wollen gepumpt werden, das ist unsere Natur. Wir sind Gewichte, wir wollen hoch und runter gehoben werden, sonst gehen wir kaputt. Jetzt sind sie kaputt. Jedenfalls, ich habe ja noch gesagt, ich wollte darauf eingehen, was ich da habe, das ist meine Gitarre, die ich nie benutze und das ist mein Oxygen 8 MIDI Keyboard, was ich noch seltener benutze als nie. Aber ich bin gerade hier ein bisschen durch Corona auch und so am Aufräumen, Ausmisten und dieses Keyboard benutze ich einfach nicht. Es ist leider so, dass ich einfach keine Musik mehr produziere, Leute, es ist auch ein neuer Themenkomplex, komm, Schnitt, neuer Themenkomplex, fällt mir gerade auf, wollte ich eh mal drüber reden. Das ist tatsächlich auch öfter mal Thema im Stream oder auf Instagram oder so, weil einige wissen es, ich habe auch das Gefühl, ich wiederhole mich so hardcore-mäßig, aber ich muss mir auch immer wieder mal selber klar machen, A, das nicht zu sagen, dass man sich wiederholt, weil ich kenne das von anderen Podcasts, die ich höre und dann geht das einem immer so ein bisschen auf die Nerven. Also ich fühle euch, ich weiß, ich arbeite dran, weil irgendwie aus irgendeinem Grund denkt man sich dann so, mir geht das zum Beispiel so, wenn ich als Beispiel Podcast-Ufo oder so höre, das ist mein Lieblingsdeutscher Podcast, den höre ich tatsächlich immer und da merke ich auch dann manchmal, wenn dann Florentin oder Stefan irgendwie sowas sagt, wie so, habe ich bestimmt schon mal erzählt, keine Ahnung, dann denkt man sich direkt so, ja, scheiß drauf, erzähl es nochmal. Und bei Gäste ist der Geistbahn haben wir das auch irgendwann, also nach fünfeinhalb Jahren ist es halt so, da erzählst du halt Sachen zweimal, aber dann denke ich mir so, das ist den Leuten glaube ich scheißegal. Man ist dann zu sehr, man bildet sich dann zu sehr darauf ein, dass irgendjemand, vielleicht einer, ja gut, dann kommt halt einer und sagt, naja, was hast du schon mal erzählt in Folge 37? So, lange Rede, kurzer Sinn, ihr merkt, worauf ich hinaus will, ich muss mir das auch mal angewöhnen, versuche ich auch das nicht zu sagen, weil ich habe einfach drei Jahre Moin Moin gemacht bei Rocket Beans, seit fünf Jahren mache ich einen Podcast und ich streame jetzt seit acht Monaten, wo man auch die ganze Zeit nur redet, irgendwie drei, zwei, dreimal drei Stunden in der Woche. Das wird zwangsläufig passieren, dass ich Sachen mehrfach erzähle, aber eigentlich ist es A, scheißegal, das waren die zwei Sachen, das war mein erstes, sehr lange ausgeholt das erste und zweitens ist es glaube ich auch einfach so, dass ich ja immer mal wieder andere Zuschauergruppen erreiche, das heißt, der eine, die eine hier kennt halt die Story und der oder die andere das halt nicht und so, aber es ist so schwierig zu gendern, ne? Ich versuche es echt, Leute, aber es ist immer wieder der und die, das macht auch die Sätze so scheiß lange, aber ich versuche es und ihr solltet es auch, aber ich wollte es nur beobachten, es ist nicht so einfach. Ja. Boah, ich bin aber auch richtig in Redelaune heute, obwohl ich eigentlich müde bin, aber ich habe mir gedacht, Leute, ich zwinge mich jetzt, dieses Format auch mal durchzuziehen und ich will, dass es jetzt gerade schon ungefähr jede Woche einmal rauskommt und wir sind übrigens dran, dass es vielleicht als Podcast rauskommt. Lasst mich gerne wissen, ob ihr da Bock drauf habt, weil es haben sich ein paar Leute gemeldet, aber auch nicht so super viel, obwohl das eigentlich auch ein dummer Aufruf, weil da werden natürlich ein paar Leute schreiben, ja, mach jetzt Podcast, ist eigentlich egal, ich muss es auch selber entscheiden, ich muss auch mal lernen, sowas selber zu entscheiden. Wenn ich Bock habe, das auf Podcast zu machen, dann kommt es jetzt raus und ich glaube schon, ich bin jetzt schon mit jemandem darüber am schnacken. Mit jemandem, wer könnte das wohl sein? Ich sage nichts, aber ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, wie man Podcasts hochlädt und vielleicht wäre auch nicht schlecht, wenn man das ein bisschen monetarisieren könnte, sage ich auch ganz ehrlich, bin ich transparent, ist ja auch nicht schlecht, wenn man da ein bisschen was verdient. Es ist halt mein Job, mittlerweile diesen Quatsch zu machen, dumme Sachen zu erzählen und sehr gut Salzburg-Spiele zu spielen, ist halt so. Und wenn man davon leben kann, ist es natürlich noch geiler, ansonsten habe ich auch keinen Bock. Also, Thema Musik, Leute. Ich muss mal durchatmen hier. Ich rieche richtig sehr viel. Wollen wir mal ein bisschen hier. Ich habe mal wieder mal ein bisschen Soda-Stream-Cola. Hashtag unbezahlte Werbung. Hashtag unbezahlte Werbung. Ich kriege nichts dafür. Ich habe es mir selber gekauft. Ich bin da immer noch dran zu lernen, wie das alles funktioniert mit diesem. Weil ich will das richtig claimen. Oder was heißt claimen? Ich will es richtig angeben. Das war so unnötig, dass ich diese andere Kameraperspektive noch gemacht habe, oder? Ganz ehrlich. Jetzt haben wir die dreimal benutzt für den größten Quatsch. Ups. Hey. Oh, guck mal. Da ist jemand. Guck mal. Da ist random irgendjemand gerade im Chat. Warte mal. Okay. Ich habe mich gerade hier in der Szene verteilt. Aber guck mal. Erik Danjelski. Du bist heute für mich der Zuschauer des Tages. Da ist jemand gerade komplett random, während ich offline bin auf Twitch und schreibt Hallo mit einem Punkt. Mit einem Punkt. Oh mein Gott. Guck dir das an. Das könnte das Thumbnail heute sein. Obwohl der Kopf muss größer sein für Thumbnails. Aber das made my day jetzt. Erik Danjelski, bitte melde dich bei mir. Vielleicht kriegst du irgendwie ein Sub geschenkt oder sowas. Ich glaube schon. Das finde ich geil. Da ist der einfach mittags. Es ist gerade Mittwoch. 15 Uhr. Also auch wo ich sonst nie streame. Einfach ist der der Hängegegen. Ich sage einfach mal Hallo. Und vor allem der Punkt. Der Punkt ist das Geile. Kein Hallo Fragezeichen. Kein Hallo ohne Punkt. Wäre es für mich so wie eine Art Test. Nein. Es ist ein richtiges. Das ist eine Ansage. Hallo. Zum Sinne von. Ich bin drei Stunden vorm Stream da. Hallo. Punkt. Ganz klar. Aber ich bin ein richtiger Fan von Bloodborne. Und ich will hier vor euch allen sein. Sorry. Du bist voll der Assi, Dani. Knauze. Also Thema Musik, Leute. Auch in der Gefallen ist es schon mal erzählt. Aber irgendwo. Halt's Maul. Ja. Also manche von euch wissen es. Ich habe eine ganze Zeit lang Musik produziert. Und ich bin sogar selbstbewusst genug zu sagen. Könnt ihr arrogant nennen. Ich nenne es selbstbewusst. Ich habe gar nicht so schlecht produziert. Also ich habe mich da schon ganz schön reingefuchst. Ich habe ein paar Platten tatsächlich rausgebracht. Die sind jetzt hier gerade ein bisschen weit weg. Die müsste ich jetzt holen eigentlich. Aber das ist auch Quatsch, die in die Kamera zu zeigen. Vielleicht. Ich mache mal hier in die Beschreibung tatsächlich einen Discogs Link. Das sind alle meine Veröffentlichungen. Und es sind gar nicht so wenig. Ich würde vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen überraschen. Weil ich habe das sehr gerne gemacht. Und sehr viel gemacht. Also um die Mini-Geschichte kurz aufzudröseln. Wie ich denn zur Musik kam. Ist erstens. Ich habe eine ziemlich musikalische Familie. Das liegt mir schon immer so ein bisschen im Blut. Sag ich mal. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wissenschaftlich erwiesen ist. Mittlerweile. Ob das das gibt. Genetische Veranlangen zur Musik. Ich glaube schon. Ich hatte schon immer, ohne dass ich es lernen musste. Ein gutes Taktgefühl. Ein gutes Ohr für Akkorde. Und so weiter. Und ich finde, da kann man jetzt. Das sollte man jetzt auch nicht wahrnehmen als angeben. Weil ich das so einordne. Das ist einfach nur ein Talent. Wie andere Leute können halt irgendwie irgendwas mit den Fingern mal. Oder die Zunge rollen. Oder sowas. Das ist eigentlich nicht. Ich finde, das ist kein Achievement. Tatsächlich. Also damit ihr das einordnen könnt. Weil sonst kommt das hier echt drüber. Also würde ich hier komplett angeben. Das ist einfach, glaube ich, eine Veranlagung, die uns in die Wege gelegt wird. Irgendwie so ein bisschen. Und das habe ich nur mal irgendwie abbekommen. Also fast alle in meiner Familie spielen irgendwie Gitarre, sind Sänger und machen was. Ich habe zwei prominente Cousins sogar. David Kitt ist der wahrscheinlich prominente Cousin. Der hat auch eine goldene Schattplatte schon geholt. Mit seinem ersten Album Small Moments, glaube ich. Und Thomas Kitt ist der andere Cousin. Sein Bruder. Und der andere ist Robbie Kitt. Der hat sich mal in eine andere Richtung entwickelt. Der ist auch ein sehr, sehr krasser Musiker. Spielt alle möglichen Instrumente und Klavier und so. Aber der ist mittlerweile auch elektronische Musikproduzent. Und hat tatsächlich schon beim Boiler Room aufgelegt und sowas. Also für die Leute, die sich da auskennen, die wissen, da werden nur Leute eingeladen, die was drauf haben. So anyway. Und das ist so ein bisschen meine Familie. Und das war also immer so ein bisschen ein Ding von mir. Und ich habe ja in Tübingen damals auch aufgelegt. Recht viel. Also Reggae und Dancehall. Daher übrigens auch die Affinität dazu. Daher kann ich auch dieses Patois mehr oder weniger. Ich konnte es früher ein bisschen besser. Aber mittlerweile kriege ich nicht mehr so viel. Und ich war ja auch ein bisschen wackelig. Was könnte ich denn noch? Also Tübingen ist ein bisschen so, kann man schon sagen, so eine Art Reggae-Stadt. Immer schon gewesen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wegen der Uni da. Und da sind viele auch so alternative Leute und so. Und ich glaube auch eine recht große afrikanische Community gab es schon immer in Tübingen. Es gibt da so ein paar afrikanische Läden und sowas. Und da ist es oft so, dass Afrikaner auch gerne Reggae hören. Und da hat sich auf jeden Fall, warum auch immer, ich merke gerade selber beim Erzählen, ich kann es ja gar nicht genau herleiten. Es war einfach schon immer eine Reggae-Stadt. Ich bin aufgewachsen mit Leuten, die Dancehall lernen. Also Weg zur Schule, zum Beispiel, immer im Auto, haben wir immer Kassetten gehört von Beanie Mann, von Bounty Killer, Sizzler. Also diese ganzen Dancehall-Sachen, das wird jetzt für manche Leute komplettes Rätsel sein, worüber ich gerade rede. Aber für andere wiederum denke ich so voll, ah ja, genau, so bin ich auch aufgewachsen. Ich glaube, gerade im süddeutschen Raum ist es tatsächlich relativ verbreitet, dieses Reggae-Ding. Mannheim ist auch so eine Reggae-Stadt und Stuttgart hat ja auch ein paar Läden. Und Köln ist, glaube ich, auch ein bisschen so eine, und Hamburg ist auch eine Reggae-Stadt mit vielen Sound-Systems. Berlin, naja, ist ein bisschen anders drauf, das kam später mit Seed und so. Aber hier gibt es natürlich Such a Sound und ein paar andere Sounds. Aber ich will jetzt gar nicht so ein Teil gehen. Das war jetzt nur für die Nerds da draußen, ihr wisst, was ich meine. Barney Miller in Berlin, genau. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so lange eingehen. Aber auf jeden Fall bin ich halt so mit dem Auflegen groß geworden. Also so mit 14, 15 schon recht früh angefangen sozusagen, Vinylplatten zu kaufen und im Keller so ein kleines Sound-System aufzubauen. Also mit den übelsten Kack. Ich weiß, es klingt jetzt voll, aber jetzt wird auch ein bisschen klar, glaube ich, wie alt ich tatsächlich bin. Bei solchen Storys stehe ich aber zu. Ich bin halt 36 und ich bin jetzt halt älter als, glaube ich, viele, die hier zugucken. Und es klingt dann immer so wie, als würde ich so, ja und dann sind wir mit so einer Baskenmütze zur Schule gelaufen, 80 Kilometer, in der Eis ist Kälte. Und dann haben wir irgendwie ein Stück Brot bekommen und davon mussten wir eine Woche leben, sowas nicht. Aber ich habe tatsächlich, wie heißt es, wo war ich hier oben stehen geblieben? Ja, Platten, so Plattenspiele unten. Und es waren nicht mal Technik, es waren so echt so kack, riemenbetriebene Plattenspiele. Aber es war halt mein Hobby. Ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt aufzulegen, einmal die Woche im Jugendhaus und da zu sagen, die ganze Rest der Woche war für mich damit verbunden. Einfach nach der Schule. Ich habe mich richtig darauf gefreut. Und ich bin auch echt, muss ich auch sagen, aber es wird jetzt den Rahmen sprengen, können wir gleich ein andermal mehr darauf eingehen. Ich will jetzt kurz dieses Musikthema mal zu Ende bringen, Gedanken zu Ende führen, Dani, ist wichtig. Aber ich würde generell immer gerne irgendwann drüber reden wollen, dass ich das echt schade finde, dass ich eigentlich sowas nicht mehr habe. Ich habe keine krasse Begeisterung mehr für irgendwas. Das klingt jetzt mega traurig, aber es ist nicht so schlimm. Also ich glaube, es haben viele einfach so dieses von früher. Ich glaube, das liegt halt daran, dass wir alle Handys haben, ständig berieselt werden von irgendwelchen Sachen. Und ich vermisse, ich werde da so krass nostalgisch, wenn ich zurückdenke, wie ich mich krass gefreut habe nach der Schule. Einfach so wirklich im Zug nur daran gedacht habe, die ganze sechste, fünfte Stunde nur daran gedacht, was für Lieder ich jetzt gleich im Mixtape sozusagen aneinander mixe, wie ich das so mache. Und ich habe so Intros auch gemacht und versucht selber so reinzureden, hatte kein Mikro, habe dann einfach so mein Kopfhörerkabel ins Mikrofoneingang reingemacht und dann irgendwie so ein bisschen mit Effekt und so. Und die Kassetten habe ich dann gemacht und die habe ich dann Freunden gegeben und die habe ich dann für die kopiert und so. Und das war mir halt voll wichtig, dass die das hören. Und ich fand es immer einfach, für mich war der größte Ritterschlag, wenn ich irgendwo in einem Auto fahre, weil manche, die Größeren hatten quasi immer ein Auto, mit dem wir dann zur Schule gefahren sind. Ich war ja nicht in Tübingen direkt, sondern in einem Vorort von Tübingen. Und das war für mich das Allergrößte, wenn ich mit einem von den Großen, die Elf-, Zwölfklässler und ich war so achte, neunte Klasse. Weil ich bin ja eben mit denen mitgefahren, weil meine Schwester mit einem von den Großen auch zusammen war. Ich habe eine größere Schwester und dann durfte halt der kleine Donnie auch mal mitfahren morgens. Und das war für mich das Größte, das ist dann auch irgendwann passiert, dass die meine Kassette reinmachen, meine Dancehall-Kassette. Und ich bin ja durch die Musik überhaupt, also durch die überhaupt zu dieser Musik gekommen und das war einfach das Größte für mich. Das war echt Hammer, das war voll mein Hobby. Und dementsprechend kannte ich mich sehr gut aus. Mit Reggae, mit Dancehall, mit dieser ganzen Kultur in Jamaica, mit dieser Soundsystem-Kultur. Und habe da jede Information, die ich irgendwie bekam, regelrecht aufgesaugt. Und man muss halt überlegen auch, das war eine Zeit, da war halt nicht für jeden Internet zugänglich. Das gab schon DSL und so, aber es hatte irgendwie nur immer nur der eine reiche Freund. Und der auch irgendwie sonst immer den Super Nintendo, den N64 hat, zu dem man halt immer gegangen ist. Oder die Playstation 2. Wir hatten das halt nicht. Und es war wahnsinnig schwierig, über Jamaica oder generell diese Szene irgendwelche Infos zu bekommen. Und deswegen war das einfach irgendwie aufregend und spannend, weil das war alles so ein Mysterium. Man wusste auch nie, wie die Sänger aussehen. Es war einfach Mr. Vegas, Beanie Man, keine Ahnung, Red Rat. Das waren einfach so, die haben auch selten Bilder auf dem Cover gehabt und so. Das waren immer so Seven Inches, also so kleinere Platten. Und da hat man halt die Singles gekauft von einem Rhythm, heißt das, ein so ein Beat, den benutzen alle den gleichen. Und dann hast du halt einfach die Singles gekauft. Naja, jetzt gehe ich da viel zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall Tüming, ich, Mucke, musikalische Familie, aufgewachsen mit Auflegen und sowas. Das war schon immer mein Ding. Und dann, Leute, da hat es natürlich, bei mir ist ja mein Gehirn explodiert quasi, als ich gemerkt habe, wie war das, das kannst du selber machen? Wie, du kannst selber so eine, du kannst selber, man kann selber Beats machen? Und ich, also, das war für mich, das hat mich, das hat alles geändert. Ich habe sofort mir so ein Keyboard geholt, wo man irgendwie mehrere Tracks hatte. Ich glaube, es war so ein Viertrack- oder Fünftrack-Keyboard, wo man mit dick, 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 dick. Und dann kommt das so, dick, dat, dick, dat, dick, dat, dick, dat. Und das hast du dann, das war die eine Spur mit diesem Metronom und dann hast du bei dem, die zweite Spur, und das kannst du dann sozusagen bis zu fünf Spuren, glaube ich, übereinander aufnehmen und das dann abspielen. Und dann war das ein Song. Das habe ich, das hat mich so geflasht, dass das geht. Ich weiß, vielleicht heutzutage denkt man so, hä, ist doch normal Musikproduktion und sowas. Nein, das war alles, also war nicht analog, das war schon so ein Casio-Keyboard. Ich will immer wissen, was das eigentlich damals war. Das würde ich mir so gerne als Nostalgiegründen eigentlich nochmal kaufen. Und wahrscheinlich ist es auch voll der Müll, aber so wie Orchid und das waren einfach so die Standardsachen gab es da. Aber, und ich konnte auch keine Noten lesen, ich konnte das ja alles nicht, aber ich habe einfach nur vom Gehör, und da kommen wir wieder zum Musikalischen, ich konnte einfach, ich habe angefangen damit Rhythms nachzubauen. Also Sachen, die es schon gab aus Jamaica, irgendwelche Instrumentals, habe ich dann einfach komplett nachgebaut. Auch die Baselines und so. Und ich habe das einfach nur hingekriegt, indem ich immer wieder gehört habe, wie das bei denen klingt und dann nachgespielt. Und irgendwie habe ich es dann irgendwann geschafft. Und, ja, aber jetzt merke ich gerade, das war doch ganz gut, dass ich es so ausgeholt habe. Weil ich glaube, jetzt kann man sich auch ein besseres Bild machen, wie ich dann eigentlich dazu kam und woher diese Leidenschaft ist. Weil ich will es nicht nur so abtun, ich habe mal produziert und jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern das war schon ein krasser Weg dahin. Und dann irgendwann, klar, und dann jetzt kann ich auch ein bisschen abkürzen. Und dann kam nach dem Keyboard natürlich auch mal so Magix Music Maker, wo ich übrigens Funfact später meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe meine Ausbildung zum Mediengestalter in Digital- und Printmedien, Fachrichtung Mediendesign, bei Magix gemacht. Hier in Berlin war auch der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin. Da nahm die ganze Scheiße seinen Lauf. Nach Tübingen wegziehen und dann ging es aber und dann wieder und dann immer so ein Hoch auf und ab. So, ich muss mal atmen. Aber ich merke, das Thema ist, da gehe ich ab. Genau, also und dann habe ich dann angefangen mit ein bisschen Magix Music Maker. Ich glaube, die Laufbahn haben viele gemacht tatsächlich. Also viele haben, glaube ich, wirklich auch tatsächlich mit Music Maker angefangen. Manche andere Fruity Loops. Ballert es mir gerne in die Kommis. Ich wette, es sind vielleicht ein paar Produzenten unter meinen Zuschauern da. Es interessiert mich sowas immer ganz gerne, wie ihr dazu kamt. Und dann steigt man meistens um auf Cubase, Logic und so weiter. Andere Sequencer, die so ein bisschen. Ich war Reason immer noch. Das wird ja immer nur mit den Augen gerollt. Ich denke mir, das ist auch so unnötig. Das ist so scheißegal, wenn du Mucke machst und es kommt was Gales bei raus. Dann ist es einfach völlig scheißegal, was für eine Software du benutzt. Und wenn es Magix Music Maker ist, wenn es eine kreative Idee ist, wenn du es gut machst und wenn du es irgendwie einigermaßen abmischen kannst, dann ist es voll okay, wenn du einfach, weißt du, das war schon immer so ein Ding. Reason? Guck dir den an, der produziert mit Reason. Und dann drehe ich es so auf und die dann so, okay, okay, das ist doch Cubase, oder? Nein, es ist Reason. Geil. Okay, war halt so ganz sowas noch nie. Also jedenfalls. Ja, und dann habe ich halt eine Zeit lang produziert und dann habe ich immer mehr produziert und irgendwann habe ich mich eigentlich gut genug gefühlt, dass ich einfach was eingeschickt habe. Klingt wie die klassische Story, die man sonst auch so immer hört in irgendwelchen Filmen oder so. Nur, dass ich halt nicht die Mega-Karriere gemacht habe, wie irgendwie Kevin Harris oder so, der hat es, glaube ich, ähnlich gemacht. Kevin Harris war ja auch Bedroom-Producer, so heißt das. Sorry, dass ich mir mal die ganze Zeit in die Haare gebe, aber irgendwas ist da, das denke ich mir, ja. Ja, Bedroom-Producer ist der Begriff dafür. Einfach alles zu Hause haben, ein kleines MIDI-Keyboard, ein bisschen PC, ein paar VSTs, also Synthesizer, die man irgendwie einspeisen kann. Und sorry, mit den Haaren, ich weiß, ich bin da zu eitel gerade, aber es nervt mich, wenn die so komisch weit oben, das sehe ich aus wie Jimmy Nugent. So jetzt besser. Und ja, ich habe da einfach was eingeschickt, ein Label, ich habe einen Track fertig, einen Drum-Bass-Track tatsächlich. Und ja, die Transition habe ich nicht genau erklärt. Also ich habe halt nicht immer Reggae produziert, sondern ich bin relativ schnell zu Jungle gekommen und dann von Jungle zu Drum-Bass. Kenner werden jetzt wissen, wie das zustande kommt. Jungle ist quasi die Drum-Bass-Form von Reggae, kann man jetzt mal ganz grob sagen. Lüncht mich jetzt dafür nicht, aber im Endeffekt schon. Also es sind sehr viele Dance-Sol-Reggae-Elemente, sind da gesampelt und es sind Breakbeats, also hauptsächlich der Armen-Breakbeat. Das ist einer der bekanntesten Sample der Welt. Schaut euch übrigens mal die Doku an, Armen-Breakbeat mal eingeben, Dokumentary auf YouTube. Hammer-Doku ist einfach ein Sample, ich glaube von James Brown, von irgendeinem James-Brown-Song und das werdet ihr hundertproken, diesen einen Loop, weil der einfach überall benutzt wird, keine Ahnung, seit Jahrzehnten. Und das ist Jungle, wird viel mit Armen-Break und mit Reggae, aber ich habe dann irgendwie schnell gemerkt, das Jungle hat mich irgendwann ein bisschen genervt und dann habe ich für mich Drum-Bass entdeckt. Das fand ich einfach auch wieder so ein nix am Mind-blowing-Moment. Ich fand Drum-Bass einfach so hardcore gut, das hat alles zusammengebracht, was ich so geil finde. Die Energie, das Schnelle, aber auch sehr viele Tracks, die eher fast schon melodiös sind und so und es irgendwie hat auch mal so viel Energie drin und so, das fand ich irgendwie geil. Und dieses Melodiöse hat mir das gleich angetan, das wollte ich immer eher machen, so softere Drum-Bass. Kenner werden es Liquid-Drum-Bass nennen. Habe ich auch mal gehasst, den Terminus, aber egal. Ja, also, Track gemacht, hingeschickt, hat dir einen Gefallen, hast du noch mehr? Ich so, ja, dann haben wir eine Platte rausgebracht. Und was glaubt ihr, was da abging bei mir? Eine echte Platte, eine Platte auf Vinyl, gepresst, mit meinem Namen drauf. Hinten steht drauf, Produced by Donny O'Sullivan. Donny Dubsen habe ich mich damals genannt. Einer der größten Fehler, ist so ein Wacker-Name, aber ich dachte damals, Son of Dublin, Dub ist so ein bisschen so eine Reggae-Form und ach, das war einfach, egal, nicht schlimm. Namen sind nicht so wichtig, siehe Laber-Format. Aber auch nicht so meine Stärkenamen für mich selber zu machen, ist irgendwie schwieriger, als für andere Leute irgendwie Namen zu finden. Jedenfalls, ja, und dann ging das immer mehr. Und dann war ich schon in Berlin und ich habe immer besser produziert, ich habe immer mehr produziert, immer für größere Labels. Dann bin ich auch teilweise im Radio gespielt worden, auch bei BBC Radio 1. Das ist auch ein ziemlicher Ritterschlag für Drum-Bass-Produzenten bei der Fabio- und Groove-Rider-Show. Das sind so mit die bekanntesten Drum-Bass-DJs weltweit. Und die haben sogar auch mal einen Track von mir als Intro gespielt, das ist noch ein größerer Ritterschlag. Das machen die eigentlich immer nur mit den Tracks, denen die irgendwie gerade am besten gefällt. Die hatten so der AOL-Inbox, das war damals alles mit AOL Instant Messenger. Und da hat man dann halt seine Tracks hingeschickt als Produzent. Ja, und ja, ich glaube, ich merke gerade, das war echt gut, dass ich es so weit ausgeholt habe. Weil ich habe es jetzt einmal, glaube ich, kann ich jetzt immer Leute verlinken und sagen, die fragen, warum ich keine Musik mehr produziere. Denn jetzt kommen wir zu warum nicht mehr. Und das geht viel schneller, ist das erzählt, als das, warum ich es so mochte. Denn es ist eigentlich perfekt, weil jetzt checkt ihr, woher die Leidenschaft kam. Und jetzt ist es, glaube ich, auch für euch macht Sinn, wenn ich sage, ich produziere nicht mehr, weil ich diese Leidenschaft nicht mehr habe. Punkt. Es ist einfach so. Ich kann das auch nicht forcieren. Ich kann auch nicht erklären, woher das kommt. Ich habe, wie gesagt, ein paar Gitarren. Ich spiele ab und zu, klampfe ich gerne mal rum. Wenn ich vielleicht ein paar Bier getrunken habe, nachts setze ich mich immer noch gerne hin und produziere so ein bisschen rum, mache so ein paar Akkorde. Ich habe tausende angefangene Songs. Aber ich habe einfach nicht mehr diese Leidenschaft, beziehungsweise diese Motivation. Ich glaube, das ist das bessere Wort. Gerade für so Leute wie ich. Ich bin ja sehr unstrukturiert und so ein bisschen verpeilt. Ich bin eher kreativ veranlagt und sehr schlecht. Ich bin nicht so ein Machertyp. Und wenn ich eine Motivation nicht habe, ist es für mich oft schwierig, was durchzuziehen. Und ich habe irgendwie die Motivation verloren. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht lag es daran, dass früher hatte ich die Motivation, dass Platten rauskommen oder dass ich im Radio gespielt werde. Sage ich euch ehrlich, ich hatte jetzt nie die Motivation irgendwie, ich mache die Musik nur für den Musikwillen. Ich will einen schönen Track machen. Na klar wollte ich, dass meine Scheiße gespielt wird, aufgelegt wird und Leute das hören und gut finden. Das war schon auch ein sehr motivierender Part. Und mittlerweile ist es eigentlich verrückt, weil ich habe jetzt viel mehr Leute, die ich erreiche mit meinen Kanälen und so und habe irgendwie da so ein bisschen Fame. Also könnte ich ja quasi eigentlich das nutzen und eine Platte rausbringen und dann würden das vielleicht Leute hören. Aber ich habe es halt nicht, ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht muss man auch noch nicht immer alles erklären. Ich habe einfach diese Leidenschaft leider verloren. Vielleicht kommt sie irgendwann mal wieder. Und dann produziere ich nochmal einen Track. Wie neulich, vor zwei Jahren oder so, habe ich ja auch einen Track gemacht. All This Time heißt der, haben wir auch ein Musikvideo gemacht. Könnt ihr auch auf YouTube suchen. Ich glaube sogar auf meinem Kanal. Ja, klar ist es auf meinem Kanal. Und das wurde ja auch sogar bei Fritz Radio gespielt, hat bei Soundcloud über 200.000, glaube ich, mittlerweile Plays. Also es war sogar im weitesten Sinne ein Erfolg. Und das war auch kein Drum-Bass, das war eher so ein bisschen poppiger angehaucht. Das kam auch aus dem Nichts. Ich hatte dann irgendwie nochmal eine kurze Phase. Ja, es kam, ich habe mich von so einer einer getrennt, muss ich auch zugeben. Und dann bin ich da. Musiker brauchen immer so ein bisschen Schmerz, glaube ich, damit die Tracks richtig gut werden. Und da habe ich wieder eins potiert. Vielleicht muss mich einfach mal wieder jemand verlassen. Also dafür müsste jemand erstmal da sein. Hey Girls. Und dann mache ich vielleicht wieder was. Ja, wir sind jetzt fast bei 45 Minuten, Leute. Ich habe, die Folge ist im Kasten, würde ich sagen. Ich würde das jetzt hiermit beenden wollen. Ich finde es ganz geil, dass ich das einmal jetzt ausgeholt erzählt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Gespräch dann tatsächlich so ins Detail führt, mit diesen ganzen Tübingen und Reggae und so. Ich glaube, so ausführlich habe ich es, glaube ich, noch nie erklärt. Aber es tut ganz gut, das mal von der Seele zu sprechen tatsächlich, weil ich gerade merke, manchmal ist es ja so, wenn man Sachen ausspricht, dass man dann selber erst merkt, das war so oder so. Und eigentlich ist es eigentlich verrückt, weil du hast ja eine Stimme im Kopf, aber sobald man es ausspricht, aber es muss jemand, du musst es jemand ansprechen. Ich glaube, deswegen ist ja auch Therapie so wichtig oder sowas. Und es ist ja auch eine, also ich will, das ist mir wichtig, dass ihr wisst, das ist ja nicht mal eine persönliche Therapie, die Scheiße. Dafür muss ich dann schon irgendwann mal zum Psychologen lieber. Aber was ich sagen will, ist halt ein Unterschied sozusagen, wenn man, auch wenn es nur ein virtuelles Gegenüber gerade ist, das einfach Sachen auszusprechen, dann merkt man, man kommt dann auf Sachen, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie die Psychologie funktioniert. So, und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge Laberformat. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Lasst gerne ein Abo hier auf dem Kanal, da freue ich mich. Und ein Like aufs Video, wenn ihr die Folge gemocht habt. Und ja, Feedback immer gerne erwünscht. Ich überlege mal, ob ich vielleicht auch in die Titelbeschreibung sozusagen auch mal so ein bisschen die Themen reinmache. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ich sage bis jetzt immer einfach nur Laberformat, 01, 02. Vielleicht mache ich da so ein bisschen Musik, Laufbahn und keine Ahnung. Aber ansonsten, das werde ich mir gleich überlegen. Das war es von mir. Peace out, Leute, haut rein. Wir sehen uns hier an dieser Stelle, ich denke mal an diesem Setting auch wieder nächste Woche. Und wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin auch nie, News bezüglich Podcast. Ich habe mir aber selber heute schon gesehen, dass ich sehr nah auch am Mikrofon rede und so. Ich bin schon ein bisschen im Podcast-Modus. Ich hätte schon Bock. Wäre schon geil, so ein kleiner eigener Podcast. Und wie jetzt kommt einer, ja, aber es gibt ja tausend Podcasts. Ja, aber halt die Schnauze. Meiner ist besser. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Danke fürs Zugucken. Und ich bin raus. Tschüss. Tschüss.